Rewana werden Weine genannt, die aus ertragsreduziertem Müller-Togau entstehen. Diese Rebsorte gibt nämlich ordentliche Erträge, dann leidet aber leider die Qualität. Wenn man die Erträge reduziert, dann steigt die Qualität und das Ergebnis sind solch tolle Weine wie dieser. Der Wein ist nicht ganz trocken, dafür aber unheimlich aromatisch und süffig. Der macht bei schönem Wetter richtig Spaß.